Wir befinden uns auf der Mixfight Geiler 13 in der Fraport Arena in Frankfurt. Der Schauplatz ist für viele tolle Sport-Events und wir fassen fast 5000 Leute rein, die Halle ist gut gefüllt, wir haben vollen VIP-Bereich, tolle Gäste sind auch hier, wie zum Beispiel Dennis Siever, Bernd Schabon, Peter Sobotar und der ganze Abend mit K1 und MMA. Aber dazu hast du bestimmt noch was zu sagen, Danny. Ja, dass es eine Mixfight Gala ist, wird natürlich auch dementsprechend unter dem anderen Regelwerk auch gekämpft, je nach Kampfkunst. K1 wie gewohnt 3x3 Minuten, aber auch einige K1-Kämpfer versuchen sich heute auch im MMA, dadurch kämpfen sie ausnahmsweise auch 3x3 Minuten. Das wird im Kampf David Barsak gegen Andreas Kanyutakis der Fall sein. In einem anderen MMA-Kampf, wo zwei Veteranen aufeinander kämpfen sollten, wäre es 3x5 Minuten gewesen, und zwar der Kampf Christian Eckerlin gegen Mario Stapel. Ja, du sprichst gerade den Hauptkampf an, der Kampf Christian Eckerlin, den Mario Stapel findet leider nicht statt, wie ihr bei uns in den News auch erfahren könnt, ist leider Mario Stapel aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht in der Lage heute anzutreten, sodass der Hauptkampf auffällt. Aber es sind noch weitere tolle MMA-Kämpfe auf dem Programm, wie Andreas Kanyutakis gegen David Batziak, den du eben schon angesprochen hast, ein Kampf, auf den wir sehr lange warten mussten. David Batziak war früher mal die ehemalige Nummer 1, der Germ-Top-5, war auf Platz 1 im Schwergewicht gewesen. Andreas ist jetzt die amtierende Nummer 1 und jetzt kommt es endlich zu dem Kampf Batziak gegen Kanyutakis. Aber außerdem wird noch Cengiz Mosquito Dana vom Comet Club Cologne gegen Viktor Kuku treffen und auch Murat Göktepi wird gegen Alexander Klemner kämpfen. Also wir haben noch ein paar MMA-Kämpfe auf dem Programm, aber bestimmt noch ein paar tolle K-1-Kämpfe. Auf jeden Fall, also Tempe Fight Schools, die sind dafür bekannt, gute K-1-Kämpfe zu haben. Oma Amrani wird hier auch in den Ring steigen, sein Bruder auch, eben hast du schon angesprochen, Murat Göktepi wird kämpfen. Und die Jungs vom Hansegym sind heute auch hier vertreten. Marco Aschenbrenner, der schon bei der La Familia Fight Night sein Comeback gefeiert hat, dort angekündigt hat, stärker zurückzukehren. Wir werden heute gespannt sein, ob es ihm gelingt. Aber auch sein Teamkollege Dennis Schneidmiller wird heute hier kämpfen. Also hier ist für jede Menge Action gesorgt. Ja, wie man schon merkt, hat es wieder der Veranstalter Sefer Göktepi geschafft, das Beste aus beiden Welten. Tolle MMA-Kämpfe, tolle K-1-Kämpfe unter einen Hut zu bringen. Wir freuen uns auf einen spannenden Abend und wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, und die das natürlich hier alles gar nicht möglich werde, bei KUIDADO Sports, Phantom MMA, Vantage Fighting, Pro Fight Shop und bei Olymp. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.